Hallo! Geht es dir wie mir? Hast du es satt, Menschen anzusprechen? Du, ich habe da ein tolles Geschäft, eine tolle Möglichkeit, wo du dein Leben verbessern kannst. Und keiner meldet sich, keiner rührt sich. Hast du das satt? Ich schon. Und ich habe eine Lösung. Ich hoffe, bei der Freiermann-Strategie, Schritt für Schritt kommen die Partner zu dir. Und das wissen möchtest, meldet dich. Bis zum nächsten Mal.